So, Ladies and Gentlemen, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier bei Johnny & Friends Gaming. Nachdem die Patch Notes hier gestern nicht wie gewohnt um, ja, so 15 Uhr gekommen sind, sondern erst um 21.15 Uhr, war mir das zu spät, deswegen mache ich das heute. Und zwar gucken wir da jetzt einfach mal rein, was da so abgeht. Ja, so liebe Gaming-Freunde, hallo Dorfbewohner des Tals, wir hoffen Ihnen das neueste Entwickler-Update-Video gefallen. Da unser nächstes Inhalts-Update etwas später in dieser Woche veröffentlicht wird, ist es an der Zeit, sich an die Patch Notes genauer anzuschauen. Wir kehren nicht nur für ein neues Abenteuer in ein neues Licht, in einem neuen Licht, in ein vertrautes Reich zurück, sondern es erwartet uns auch eine atemberaubende Zusammenarbeit im Spiel und eine Reihe von Verbesserungen der Lebensqualität. Lebensqualität, für wen denn? Für wen wird die Lebensqualität verbessert? Das ist ja witzig. Okay. Die auf dem äußerst wichtigen Feedback der Spieler basieren. Ja, könnte mir jetzt viel dazu sagen, ich sage jetzt mal nichts. Das Jungle Getaway-Update für Disney Dreamlight Valley erscheint heute. Heute ist der 9.12. Leider steht da kurze Zeit dran, was ich auch nicht ganz verstehe. Alle Einzelheiten finden Sie unten hier. Neue Inhalte für alle Spieler verfügbar. Genau, das ist das berühmte kostenlose Update. Kennen Sie ins Disney-Reich des König der Löwen zurück und erleben Sie das Reich in einem neuen Licht mit einem Tag- und Nachtzyklus. Aha. Gibt es das bei den anderen Realms nicht? Na ja, ist neu, ne? Neun Aufgaben und neun Freunden. Zwei neue Charaktere. Freuen Sie sich auf Entspannung und Spaß zum gleichen Teil, wenn Timon und Bumba aus Disneys König der Löwen ins Tal ankommen und erleben Sie neue Freundschafts-Quests und einzigartige neue Gegenstände. Da freue ich mich drauf. Ein neuer Star-Path. Verwandeln Sie Ihr Tal mit The Night Show, Star-Path in ein Musik-Festival. Es enthält Möbel, mit denen Sie buchstäblich die Bühnen gestalten können, einen Rockstar-Turtle-Tiergefährten, sowie Kleidung, die von Disney-Bösewichten, Disney-Prinzessinnen und Rockmusik inspiriert ist. Also ganz ehrlich, Leute, das ist so unpassend wie ein Furz im Wind. Es ist Weihnachtszeit, ja, bald ist Weihnachten, Halloween und da gehört ein anständiger Halloween-Star-Path her und da gehört auch ein bisschen Weihnachten, welcher mir noch rein, aber ganz bestimmt kein Musik-Festival. Also ganz, ganz schlimm. Und wenn ich dann hier oben höre, irgendwo haben Sie hingeschrieben, Sie hören auf Ihre hier als wichtiges Feedback der Spieler und die Spieler haben bestimmt nicht gesagt, wir wollen ein Musik-Festival haben. Also ganz, ganz schwach auch hier, was uns hier geboten wird. Kleiden Sie sich, um zu beeindrucken. Taugen Sie ein in eine spannende Zusammenarbeit mit Loungefly, bei der Nachbildung der auffälligen Rucksäcke von Loungefly im Spiel über Star-Path, Premium-Shop und soziale Medien erscheinen werden. Weitere Einzeleiden finden Sie im Blog zum Starttag. Bereiten Sie Ihre Kürbisse vor. Ja, es gibt tatsächlich ein süßes und saures Kehr zurück. Das ist schön, allerdings erst am 23. Ja genau, das ist die Woche vor Halloween. Okay, das ist okay, ist noch ein bisschen hin. Da wäre natürlich der Sternenpfad mit Halloween wunderbar gewesen, aber was will man machen? Freuen Sie sich auf wöchentliche Rotationen. Halten Sie im Premium-Shop Ausschau nach neun optionalen Artikeln, neben einigen wiederkehrenden Favoriten sowie nach neun wöchentlichen DreamSnaps-Verausforderungen und Belohnungen. Ja, aber das ist doch das, was wir schon lange haben. Wir haben ja wöchentliche Rotationen im Premium-Shop. Und neue optionale Artikel? Wiederkehrende Favoriten haben wir doch. Und die DreamSnaps ist ja auch wöchentlich. Also das ist ja genau das, was wir schon immer haben. Neue Liefermeldung. Dagobert Dachs Laden hat eine neue Ladung Waren zum Verkauf erhalten, darunter zusätzliches Reich-Dekor. Das bezieht sich, glaube ich, auf Timon und Bumba. Verfügbare Mondstein-Pakete werden angepasst, um eine neue Option einzuführen, die sowohl Mondsteine als auch einen saisonalen, vom Tal inspirierten Kosmetikartikel enthalten. Das können wir uns mal anschauen, was damit gemeint ist. Diese Paket wird für eine begrenzte Zeit angeboten. Ja, gucken wir mal, was das ist. Der Dreamlight, Disney Dreamlight Valley Arcade Edition enthält keine saisonalen, ja genau, Star Pass und kein Premium-Shop. Ja. So, was ist denn alles neu geworden? Verbesserungen für alle Spiele verfügbar? Für alle? Okay. Gibt es etwas, was nicht für alle... Ja, es gibt schon. Ja, wenn du halt die ja sie nicht hast, kannst du halt nicht spielen. Die neuen Inhalte. Genau, aber die Bedienelemente müssten ja für alle gleich sein. Egal, ob man jetzt die kostenlose Version hat oder nicht. Ich möchte mal wissen, ob es Leute gibt, die wirklich nur die kostenlose Variante spielen. Dem ist ja eigentlich im Grunde genommen abzuraten, finde ich, weil das, ja, schmälert mir sich ja selbst alles. Das würde ich jetzt nicht machen. Also, das heißt, man kann ja eine Vielzahl von Dingen gar nicht spielen. Das würde ich jetzt so eigentlich gar nicht machen. Dem Menü Einstellungen Steuerung wurde ein Schalter hinzugefügt, um zwischen zwei verschiedenen Kameramodus zu wählen. Wenn ein Gamepad im Bearbeitungsmodus verwendet wird, das haben wir ja schon gesehen in diesem kurzen Trailer, dass Spieler eben hier wählen können. Sie können zwischen einer Option wählen, die dem ursprünglichen freifließenden Steuerstil des Spiels ähnelt, oder einem neuen Zwischenansatz, der den Cursor in der Bildschirmmitte fixiert und gleichzeitig die Möglichkeit bietet, ihn durch gedrückt halten, einer Taste frei zu bewegen. Bitte beachten, diese Auswahl der Steuerungsmethoden gilt für den Außen, genau, fürs Bau und Bau, Bearbeitungsbaumodus. Im Spielerhaus wird standardmäßig auf die ursprüngliche Steuerung, das ist ein sehr schöner Hinweis, Stil zurückgesetzt. Dem Menü Einstellungen Steuerungen wurde ein Umschalter hinzugefügt, um bei Verwendung eines Gamepads zwischen zwei verschiedenen Sprint-Steuerungsmethoden auszuwählen. Das ist interessant. So können die Spieler zur vorhandenen Tastenbelegung zurückkehren oder die aktualisierte Tastenbelegung linker Bumper verwenden. Einstellungen Gameplay wurde ein Schalter hinzugefügt, um die Steuerungsoption zum Sprinten-Tippen zu aktivieren. So können Spieler per Knopfdruck mit dem Sprinten beginnen. Okay. Vollständige Unterstützung für drahtlose Controller auf Steam hinzugefügt, ohne dass Steam-Input aktiviert sein muss. Okay. Wenn sie die Option nicht zuvor angepasst haben, wird das Spiel jetzt standardmäßig auf integrierte Unterstützung eingestellt, ist okay. Was gibt es denn bei Dagobat? Im Dagobatsladen werden jetzt anstelle von leeren Schaufensterbubben Möbelstücke ausgestellt. Also das ist ja ein Armutszeugnis ohnegleichen. Denn das, was ich gelesen habe, die Leute wollten keine Möbelstücke in den Schaufenster haben, die Leute wollten Kleidung haben. Aber Gameloft kriegt es nicht gebacken, diesen Bug, den wir jetzt seit zwei Jahren gefühlt haben, zu erledigen. Also ganz, ganz schlimm, was da abgeht. Möbelstücke will keiner in den Schaufenster haben, weil ich will Schaufensterpuppen, da will ich schöne Kleidung haben. Da will ich inspiriert werden, wenn ich da vorbeilaufe. Dream Snaps und Foto Modus. Dem Dream Snaps Abstimmungsbildschirm wurde eine Schaltfläche Überspringen hinzugefügt. Wow, mit der Spieler bis zu zehn Stimmen. Ach du meine Güte, das wird ja noch vorgeschrieben, wie viel du überspringen kannst. Also ganz, ganz schlimm, was hier abgeht. Das ist alles so dumpfbackig und alles so dranig, was hier abgeht. Ganz schlimm. Avatare können jetzt im Fotomodus Handaccessoires und königliche Werkzeuge halten. Okay, cool. Sehr schön. Das ist positiv. Dem Premium Shop wurde ein neuer Abschnitt empfohlen hinzugefügt, in dem jede Woche vier zusätzliche Artikel oder Pakete angeboten werden. Der Inhalt dieses Abschnittes unterscheidet sich von Spieler zu Spieler. Was? Okay, was soll denn das? Okay, das geht. Das kriegen Sie hin, okay? Möglichkeit hinzugefügt, tragbare Flügel als Kleider in der Garderobe auszurüsten. Alle derzeit im Spiel verfügbaren Flügel können auf diese Weide ausgerüstet werden, wobei die surfende Gleiteranimation durch die flatternde Animation ersetzt wird, die besser zu den Flügeln passt. Das heißt, wir können jetzt sozusagen mit den Flügeln gleiten, aber anstatt, dass wir dann diese Gleiteranimation haben, haben wir diese Flutter. Okay, das ist interessant. Das ist cool. Innovativ. Mal was anderes. Gut gemacht. So, das habt ihr gut gemacht. Hi, Maximal King. Kann ich hier irgendwo einen Chat sehen? Sag bloß, ich habe das Bild noch drin. Warte mal. Das müsste ich alles normal machen. Warte mal. Nein, alles gut. Wo war der? Hier war doch gerade Maximal King, ne? Wo ist denn, das ist das hier? Okay, wichtige Änderungen. Möglichkeit hinzugefügt, ihren Fortschritt bei einzelnen Dreamlight-Aufgaben und Starpath-Aufgaben, sowie die Sammlung von Materialien zu herstellen von Rezepten. Genau, Quest-Tracker, das haben wir ja gesehen, da freuen wir uns drauf, das stellen wir einfach ein und dann läuft das. Am Starpath-Aufgaben. Am Starpath-Menü wurden verschiedene Benutzeroberflächen-Verbesserungen vorgenommen. Im Starpath-Menü? Okay, da bin ich sehr gespannt. Weitere Fälle behoben, in denen bei Spielern der Initialisierungsfehler Nummer 6 auftreten konnte. Okay. Bibi-di-bobbi-du, ist das so? Bibi-di-bobbi-di-ups. Ein Problem wurde behoben, bei dem Olaf Sonnenschirm nicht am Strand erschien. Gut gemacht, jetzt geht es. Das Geheimnis von Eternity Isle. Ein Problem wurde behoben, bei dem einige Spieler das Tor zu Eternity nicht erreichen konnten. Oh mein Gott, ihr müsst euch das vorstellen. Es gibt Leute, die konnten bis jetzt nicht Eternity Isle überhaupt hier was machen. Kriegen die denn eine Entschädigung wenigstens? 5000 oder 20.000 Mondsteine? Das heißt ja, die haben ja überhaupt nichts machen können mit Yves und mit Gaston. Die uralte Tür, ein Problem wurde behoben, bei dem das Spiel nicht erkannte, dass die grau schwimmenden Felsen entfernt wurden. Da kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Der Funke der Vorstellungskraft, ein Problem wurde behoben, bei dem der Spieler zwischen Questschritten stecken blieb. Ein Funke der Vorstellungskraft, ein Problem wurde behoben, bei dem einige Apple Arcade-Spieler das Juwel der Zeit nicht abholen konnten. Das heißt, die konnten dann ab dem Zeitpunkt die Oswald-Quests nicht weiterspielen. Oh mein Gott. Das Muju-Programm, ein Problem wurde behoben, bei dem einige Spieler nicht über den Schritt zerstörte einige alte Möbel in der Nähe des Hauses. Dass der Bestie der Quest hinauskam, okay, gleicher Quest, das Muju-Programm, ein Problem wurde behoben, bei dem das alte Gewand des Biestes in Disney, die Schöne und das Biest gefunden und eingesammelt werden konnte. Das alte Gewand, da kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Zurück aus dem Baju, was gibt es denn da? Ja, ein Problem wurde behoben, bei dem das Platzieren des Amtseinführungsbandes an der falschen Stelle dazu führte, ja, das habe ich vorgestern erst gelesen auf Facebook, dass es einige Leute gibt, die konnten das Band dann nicht mehr bewegen. Oh mein Gott. Die haben Glück, dass es jetzt beseitigt. Jaffars Labor, ein Problem wurde behoben, bei dem sich die Sanduhr nicht drehte. Da ist natürlich jetzt die Frage, ist das nur ein optischer Defekt oder konnten die nicht weiterspielen? Weil, okay, die Sanduhr hat sich nicht gedreht, ist ja okay, solange man weiterspielen konnte. Wenn das natürlich dazu führte, dass man den Quest nicht fertig machen konnte, das wäre natürlich beenden konnte, das wäre natürlich schlimm. Scrapbook-Blitz, ein Problem wurde behoben, bei dem Goofy Streamlight Valley Scrapbook nicht platziert werden konnte, das sagt mir gar nichts. Scrapbook. Verschiedene Probleme behoben, die in seltenen Fällen beim Laden auf Playstation-Konsolen zu einem Spielabsturz führten. Ein Problem wurde behoben, bei dem es vorkommen konnte, dass ein Raum im Haus des Spielers keine Türen hatte. Ich glaube, das habe ich auf Facebook ein paar Mal gelesen. Da musste man sich dann ausloggen. Also das, ich denke mal, der Raum hatte schon Türen, sondern die Türen konnten halt nicht gesehen werden. Ein Problem wurde behoben, bei dem bestimmte Gamepads während einer drahtlosen Verbindung nicht reagierten. Genau, das haben sie ja geschrieben, dass da Verbesserungen gekommen sind und dann wurde das Problem gleich mit behoben. Sehr schön, sehr gut gemacht. Verschiedene Fälle wurden behoben, in denen Spieler an unsichtbaren Wänden hängen bleiben konnten. Was sind denn unsichtbare Wände? Ja, ja, das kenne ich aus anderen Spielen, damit man da nicht durch kann, aber da sind die dann hängen geblieben. Okay, was bedeutet das? Den konnten die dann nicht mehr weiterspielen oder was genau bedeutet das? Das ist natürlich schön, dass das beseitigt wurde. Ein Problem wurde behoben, bei dem der Filter ähnliche Elemente geöffnet wurde, wenn versucht wurde, mit dem Deep Pad zu navigieren. Ein Problem wurde behoben, bei dem an Gaston stand, kein Schweinefleisch zum Kauf angeboten wurde. Ein Problem wurde behoben, bei dem unter bestimmten Möbelstücken im Pavillon Pflanzen wachsen konnten. Ja, das Pavillon kam erst vor kurzem raus. Okay. Das sind Pflanzen gewachsen. Ein Problem wurde behoben, bei dem der Halloween-Filter im Liefermenü und Möbelkatalog in Dagobert Dagsladen nicht richtig funktionierte. Das ist unangenehm gewesen. Weil du hast ja keine andere Möglichkeit, sonst die Halloween-Produkte rauszusuchen, außer da müsstest du alles durchgehen. Was ist denn ein Liefermenü? Möbelmenü kenne ich ja, Kleidung kenne ich, aber Liefermenü kenne ich nicht. Ein Problem wurde behoben, bei dem ein Teil der Wand verschwand, wenn mit dem Zeitbiegetisch am abgeschiedenen Strand von Eternity Isle interagiert wurde. Also, bei dem ein Teil der Wand verschwand, wenn mit dem Zeitbiegetisch am abgeschiedenen Strand, okay, ist die Wand verschwunden. Ein Problem wurde behoben, bei dem bestimmte für Remis Sonderlieferungen erforderliche Mahlzeiten nach der Zubereitung mit einer Questmarkierung angezeigt wurden. Sonderlieferungen? Was heißt denn Questmarkierung? Verstehe ich nicht. Ein Problem wurde behoben, bei dem die Herstellungsanimation übersprungen werden konnte. Oha! Okay. Geht das? Das geht gar nicht, ne? So kommt das wahrscheinlich auch demnächst. Ein Problem wurde behoben, bei dem die Herstellungsanimation übersprungen werden konnte. Verschiedene Audio- und visuelle Probleme im Zusammenhang mit Zwischensequenzen im Reich von Disneys Mulan wurden behoben. Es gab Audio, also Ton- und Bildprobleme im Zusammenhang mit Zwischensequenzen im Reich von Disneys Mulan. Gab es denn Zwischensequenzen mit echten Bild und Ton, wenn man im Mulan war? Ah, okay. Da ist auch ein Fehler drin. Das hat keiner jemals nochmal nachgelesen, ne? Ja, da ist ein Leer drin. Ein Problem wurde behoben, bei dem die Umgebung des Spielers während eines Talbesuchs verschwommen werden konnte, nachdem der Gastgeber ein Gebäude betrat oder verließ. Okay, das müssen wir mal langsam. Also, ich besuche jemanden anders, nachdem der Gastgeber ein Gebäude betrat oder verließ. Aha, und danach? Ich besuche jemanden anders, gehe in ein Gebäude rein und gehe raus und dann war alles verschwommen. Das ist ja interessant. Ein Problem wurde behoben, bei dem Jafar auf dem Level-Up-Bildschirm der Freundschaft teilweise außerhalb des Bildschirms angezeigt wurde. Wisst ihr, Leute, ich frage mich, wie kann das sein, bei dem Jafar auf dem Level-Up-Bildschirm der Freundschaft teilweise außerhalb des Bildschirms angezeigt wurde? Was bedeutet denn außerhalb des Bildschirms? Das bedeutet, Jafar wurde überhaupt nicht angezeigt. Wurde er jetzt nicht angezeigt oder wurde er außerhalb des Bildschirms angezeigt? Er wurde außerhalb des Bildschirms angezeigt. Das heißt, es ist einfach eine falsche Programmierung gewesen, dass eben Jafar innerhalb des Bildschirms dargestellt wurde. Okay. War das immer der Fall oder nur bei einigen? Und wenn das nur bei einigen war, ist die Frage, wie kann das sein? Ein Problem wurde behoben, bei dem der Suchfilter in den Möbel- und Kleiderschrankmenüs nicht hervorgehoben werden konnte, nachdem versucht wurde, von unteren Ende des Menüs dorthin zu navigieren. Suchfilter in den Möbel- und Kleiderschrank. Verschiedene visuelle Fehler im Bearbeitungsmodus. Artikelvorschau im Premium-Shop gab es Fehlermeldungen. Clipping-Probleme bei verschiedenen Kleidungsstücken. Ja, das haben wir ja schon lange. Also, dass man, wenn man sich hinsetzt, dass dann durch die Hose zum Beispiel Gras scheint. Ein Problem wurde behoben, bei dem die Beleuchtung in Tianas Palast zu dunkel erschien. Ja. Ach, dann war das ein Fehler. Okay. Ein Problem wurde behoben, bei dem Tapeten und Bodenbeläge nicht in den Kategorien Favoriten und versteckt angezeigt wurden. Ein Problem wurde behoben, bei dem das Angel-Mini-Spiel nach dem Loslassen der Taste nicht änderte. Ein Angel-Mini-Spiel? Was ist denn ein Angel-Mini-Spiel? Ein Problem in Scramble-Coin wurde behoben, bei dem der gesammelte Münzbetrag möglicherweise nicht oder an der falschen Stelle angezeigt wurde. Ein Problem wurde behoben, bei dem das Verschieben von Standardruhen von Eternity Isle in das Inventar des Spieles, während sich noch Gegenstände eine Fehlmündung auslöste. Warte mal, ein Problem wurde behoben, bei dem das Verschieben von Standardruhen von Eternity Isle in das Inventar des Spieles, während sich noch Gegenstände in der Standardruhe befanden, eine Fehlermeldung auslöste. Ja, aber das sollte doch eine Fehlermeldung auslösen, oder? Beziehungsweise normalerweise, ja, sollte ja eine Fehlermeldung kommen. Achtung, in der Truhe sind noch Gegenstände. Oder geht das? Normalerweise sollte das gar nicht. Normalerweise sollte das eine ganz normale Standardfehlermeldung auslösen. Verschiedene zusätzliche Fehlerbehobungen in Bezug auf Ton, Bild, Lokalisierungs-Gamepad, Steuerungs-Benutzeroberflächen sowie Stabilitätsverbesserungen. Okay. Also hier steht nicht drin, dass wir fliegen können. Hier steht nur drin, das war ja das, was einige schon wieder da hineingeschrieben haben, was natürlich ein Quatsch ist. Wir können jetzt statt diesen Board Flügel verwenden und können damit gleiten. So habe ich das verstanden. Okay. 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 Interessant. Okay. Ich bedanke mich. Das war jetzt cool. Dann, Ladies and Gentlemen, Patch Notizen zum Jungle Getaway Update. War sehr interessant. Würde ich sagen, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ich werde das Ganze dann am, ja, 10.10. veröffentlichen. Ja, empfehlt mich weiter. Daumen nach oben, Kommentare reinschreiben. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dann. Euer Nils. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.